Seinen Fall übernehmen. Siehst, Herr John? Was denn, was denn? Tauen Sie mir das vielleicht nicht zu? Es war nur noch einfacher. Was soll denn das bedeuten? Die giftigsten Schlangen der Welt in diesem Keller? Sie gehörten. Das. Schildkröten. Herr John! Ed Fairbanks war bereits geflohen und Mrs. Wilson tot. So. Aber Sie waren jedenfalls dabei. So rein zufällig. Ja, rein zufällig. Sie haben mir zwar Ihre Karte gegeben. Privatdetektive. Weiß man's? Ich arbeite jedenfalls für die Versicherungsgesellschaft, die die Amsterdamer Juwelensammlung hochlautet. Wer hat sie gestohlen? Und vor allen Dingen, wo sind Sie jetzt? Zwischen Miss Finley ist bei...